Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zur faulen Kochstunde. Wenn ihr auch faul seid, aber ihr liebt es zu essen und ihr liebt vor allem Italiano essen, dann seid ihr heute richtig. Ich mache euch drei Pasta-Rezepte, die sehr, sehr lecker sind, wo ihr tuto bene lecker von essen könnt. Und super schnell, super billig, wenig Zutaten, heute rein in die Olga. Let's go das Erste. Aglio e Olio, mein Lieblingspasta-Gericht und gleichzeitig das einfachste. Ich nehme hierfür am liebsten etwas dickere Spaghetti, und zwar Spaghettioni. Da schmeckt man, finde ich, auch einfach mehr und hat nicht nur dünne Nudeln im Mund. Hä, sorry, ich bin dafür wohl. Eigentlich zu alt, aber ich lache trotzdem darüber. Die Spaghettioni kocht ihr als erstes schön so wenig Wasser wirklich wie nötig nehmen. Denn das braucht ihr am Ende noch für die Soße. Denn wenn ihr Nudeln kocht, geben diese Stärkern das Wasser ab. Und Stärke bindet, also macht Sachen fester. Das machen wir uns zum Vorteil und davon gießen wir dann später was in die Soße. Damit diese dann aber nicht zu wässrig wird, brauchen wir jetzt natürlich wenig Wasser. Aber dieses wenige Wasser soll dann eben so stärkehaltig wie nötig sein. Also ist hier heute weniger Wasser mehr. Ihr salzt das Wasser, wenn es kocht, und Nudeln rein. Wenn ihr Probleme habt, so wie ich, dann habt einfach Geduld. Die Nudeln werden unten immer weicher und so könnt ihr sie dann weiter unten ins Wasser drücken. Ist natürlich nicht optimal, aber... Wenn wir hier ein Sterne kochen, fünf Milliarden... Nein. So, Pfanne ist heiß. Reichlich Olivenöl in der Pfanne und auf mittlerer bis niedriger Stufe erhitzen. Ins Öl gebt ihr zwei Knoblauchzehen, die ihr vorher geschält und leicht mit einem Messer zerdrückt habt. Außerdem, wer auf ganz, ganz leichte Schärfe im Hintergrund steht, kann ich nur empfehlen bei dem Gericht, haut eine Chili mit rein. Kleingeschnitten, die kommt auch eh gleich wieder raus, also gönnt euch richtig mal. Das macht ihr jetzt alles nur, um dem Öl Geschmack zu geben, weil das am Ende auch die Soße wird. Also, so zwei, drei Minuten später nehmt ihr die Knobi hier raus und fischt auch die Chili raus. Die waren nur da zum Geschmack geben, die sollen nicht am Ende da noch unbedingt mit drin sein. Und jetzt müsst ihr vorsichtig sein, stellt schon mal die Power von eurem Öl runter, weil jetzt passiert was, wofür ihr auf keinen Fall zu viel Power haben solltet. Bei mir ist jetzt ausgegangen, weil eine Windböhe kam, wunderbar. Was soll das? Bleib an, Habibi. Und jetzt kommt the crucial part, ihr habt hier schön Öl drinne und jetzt nehmt ihr euer Nudelwasser, welche Nudeln ihr übrigens rausgenommen habt, nach ungefähr sieben Minuten, wenn die so zehn Minuten brauchen, dass sie nur nicht al dente sind. Zagt die Bohne und jetzt könnt ihr es spritzen, deswegen müsst ihr echt aufpassen. Nudelwasser, das schüttet ihr nicht weg, ihr nehmt euch davon jetzt erstmal eine Kelle und jetzt Achtung. Es spritzt nicht, weil ich früher nur runtergestellt habe. Habibi, Chokise. Und das lasst ihr jetzt auch nochmal kurz aufkürzeln, ich kann jetzt ein kleines bisschen hoch. Wenn zum Beispiel, wenn ihr was bratet und es spritzt, dann liegt es nicht am Fett, sondern dafür darum, sondern das Wasser zum Beispiel da rangekommen ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Chicken oder sowas bratet und ihr kauft das beim Supermarkt zur schlechten Qualität, ihr wisst was es ist? Da kommt zu viel Wasser aus dem Öl raus, äh aus dem Chicken raus und deswegen spritzt das. Das lasst jetzt ganz kurz ein bisschen zäh, wie ich mache es mal hin. Ah, guck mal, da geht es schon los. Es fängt an zu brutzeln. So langsam nehmt ihr jetzt, ich benutze hier gerade das halbe Asservatending, greift wieder eure Nudeln. Ich habe hier so einen geilen Griff, wie funktioniert der? Zack. Und macht die Nudeln hier rein, in die Pfanne, Baby. Ich habe viel zu viele Nudeln gekocht, merke ich gerade. Ich werde nicht alle nehmen, ich werde nur ein bisschen nehmen. Zack, die Bohne, rein hier. Und ihr merkt schon, guck mal, wie die tropfen. Wir brauchen das ganze Nudelwasser dafür, daraus wird die Soße gemacht, Baby. Und schon mal ein bisschen Nudelwasser nachkochen. Da kommt noch nach und nach ein bisschen was dazu. Außerdem nehmt ihr jetzt noch ein bisschen Knoblauch, den ihr vorhin gemacht habt. Macht den hier auch noch direkt mit rein. Nicht zu viel, wir haben ja schon echt öliges Knoblauch. Knoblauchiges Öl, meine ich. Und Petersilie habe ich klein geschnippelt. Grazie mille. Und die macht ihr jetzt auch schon dazu. Bewahrt euch was auf, damit ihr am Ende noch mal schön was drüber machen könnt. Geht noch mal schön, Farbe, guck mal, wie schön das schon aussieht. Tutto bene, Pfeffer. Das ist die schlechteste Pfeffermühle der Welt, aber hiermit muss ich jetzt arbeiten. Ich liebe Pfeffer, ich mache immer viel Pfeffer und hier kommt kaum was raus. Und schön umrühren. Und wie ihr das beobachten könnt, durch die Stärke im Nudelwasser vermischt sich das auch und wird so ein bisschen fester. Und wenn ihr das jetzt noch ein bisschen köcheln lasst, weil die Nudeln ja auch noch nicht durch sind, entsteht hier so eine richtig geile Soße gleich im Laufe. Also ihr lasst es ein bisschen ziehen, ihr gebt ihr ein bisschen Zeit. Wenn ihr seht, es wird zu fest mehr Nudelwasser rein. Und ihr merkt schon, zum Beispiel ich persönlich verbrauche immer fast das komplette Nudelwasser, was ich zum Kochen benutze. Das wird bei mir dann hier zur Soße und ihr seht schon, oh ja, das wird so schön schlotzig. Das wird schön schlotzig und die Knoblauch noch dazwischen. Oh, das wird knallen, Baby. Das ist richtig schön fest geworden. Ich liebe es, Baby Boy. Finito completo, Hermano. Der Pasta-Lord. God praise you, Baby Boy. Bitte, sag mir. Es sieht auf Kamera genauso lecker aus, wie es auch in echt ist. Ich hoffe es so sehr, weil es ist einfach goddamn lecker. Runde zwei. Für Pasta Nummer zwei brauchen wir diese drei Zutaten. Das sind nur zwei. Nudeln, Tomaten, wir brauchen noch Basilikum. Und ich glaube, wir haben da hinten einen Basilikum-Händler. Da holen wir uns mal Basilikum. Feinster Basilikum. Ihr glaubt gar nicht, wie geil das hier gerade riecht. So, das reicht auf jeden Fall. Mehr brauchen wir nicht. Und der kriegt jetzt auch noch eine schnelle Wäsche, Robert. Grandios, geil, stark. Einfach, wirklich so eine einfache Geschichte. Ihr könnt gar nichts falsch machen. Herd an, schon ein bisschen Power eigentlich. Die brauchen schon ein bisschen Power. Geht so, Olivenöl rein in die Masse. Seid ruhig großzügig. Bum, bum, bum. Und die Tomaten, die sieht eklig aus. Der Rest kommt hier jetzt direkt. Und die lasst sie jetzt ziehen. Die müssen richtig weich werden. Schnappt euch zwei bis drei Zehen und schneidet diese in richtig dünne Scheiben. Also ich meine so richtig schön dünn. Ihr wollt ja später nicht auf ein fetten Stück Knoblauch vielleicht rumbeißen. So sehr lieben wir, glaube ich, Knoblauch dann doch nicht, oder? Ach so, den Knoblauch dazu, den wir ganz dünn geschnitten haben, machen wir auch rein, Baby. Und deswegen machen wir auch die Stufe nicht ganz hoch, sonst brennt der uns natürlich an, Freunde. Dauert jetzt bestimmt so 10, 15 Minuten, weil wir ja die Stufe nicht so hoch haben wollen, damit nichts anbrennt. Wenn ihr einen Deckel habt, könnt ihr auch einen Deckel drauf machen, dann bleibt die Hitze ein bisschen mehr drin und die werden schneller weich. Ist eigentlich auch ganz, ganz easy. Dann warten wir jetzt erstmal. Das Lustige ist, das ist eigentlich wirklich die Grundlage von den Nudeln. Ihr könnt gar nichts falsch machen. Alles, was ihr gleich noch tun müsst, ist wirklich Kinderkacke. Ihr nehmt eine Pfanne, ein Öl, jetzt einen Topf meine ich, ja, mit einem Akkohum. Wasser rein und Nudeln kochen, Salz rein, easy peasy. Aber wir warten erstmal, weil der Lachs braucht ja sowieso im Während ein bisschen länger. Eine Minute, 37 Sekunden später. Schaut mal, das ist doch wunderbar, Freunde. Wir haben ungefähr 7, 8, 9, 10 Minuten ungefähr gewartet, laut meiner neuen Holzkerne, Freunde. Von denen habe ich schön Schmuck gekriegt, wie unter anderem diese Uhr oder auch Ringe, Ketten haben die. Sehr, sehr geil. So ein kleines Familienunternehmen aus Österreich, die jetzt wirklich schon groß geworden sind, richtig viel Schmuck zur Auswahl haben. Ich habe meiner Freundin eine Kette geschenkt, die hat gesagt, die ist top. Aber die haben auch Herrenschmuck und ich trage jetzt richtig gerne diese Uhr und da kann ich auch unter anderem eine Stoppuhr machen. Also könnt ihr gerne mal abchecken, Freunde. Ist Partner und Sponsor von diesem Video. Mit dem Code BENJY15 kriegt ihr über den Link in der Beschreibung 15% Rabatt. Geiler Schmuck, Ringe haben sie am Start, Ketten haben sie am Start, Uhren haben sie am Start. Alles, was das Herz begehrt. Nur können sie leider nicht so gut kochen wie ich, sagte der Angeber. Ich zerdrücke jetzt auf jeden Fall weiter hier die Tomaten und lasse es mal ein bisschen, ich drehe das jetzt ein kleines bisschen hoch, dass es mehr Power gibt und lasse es zu so einem schönen Sud hier wieder werden. Oh, die Nudeln könnte ich jetzt mal aufkochen. Scheiße, habe ich fast vergessen, Malaga. Zack, Salz ins Wasser, nicht zu wenig, gönnt euch mal was. Timer ungefähr, die hier müssen laut Packung 12 Minuten, das heißt wir machen die so 8 Minuten ungefähr. In der Zeit hättet ihr wahrscheinlich schon früher die Nudeln reinmachen können, aber ich würde das schon hier ein bisschen köcheln lassen, weil je länger ihr das köcheln lasst, ihr so mehr Geschmack kriegt ihr auch. Deswegen mache ich jetzt hier jetzt auch bei dem ganzen Wind die Basilikumblätter rein und die ziehen sich jetzt auch schön zusammen, gehen in den Geschmack rein. Pfeffer mache ich auch schon mal hier ran und Salz jetzt auch gleich. Dann kann das nochmal schön mit reinziehen oder alle Gewürze, wo ihr noch Bock mit drauf habt. Was ich sehr, sehr gerne mag, ist Oregano. Ich finde, kann man für alles und jeden benutzen. Wisst ihr, was ihr jetzt macht? Gar nichts. Ihr wartet. Ihr geht vielleicht auf Holzkern in der Beschreibung, aber sonst machen wir einfach so und es geht weiter. Sieben Minuten später, Freunde, zack die Bohne, machen wir was, was wir bei jedem Pasta-Gericht machen sollten. Als allererstes holen wir uns Pasta-Wasser und machen das rein in die Soße, weil die bindet das wegen der Stärke, wie ich ja schon jetzt mehrfach erklärt habe. Sag mal, ist hier das Feuer ausgegangen? Das Feuer ist hier ausgegangen! Und dann nehmt ihr jetzt so langsam eure Nudeln dazu und macht die hier auch mit rein, weil die sind ja noch nicht durch. Wir haben die ja noch nicht al dente gekocht und die köcheln jetzt damit ein paar Minuten und wir sind schon wieder durch. Wirklich und das ist ja wirklich, wer das verkackt, ist dumm. Dumm. Du bist dumm. Und ganz ehrlich, wenn ihr das nicht machen wollt, wenn ihr keine frischen Tomaten habt, dann nehmt einfach so eine Kackdosen. Das ist so geil hier. Gute Firma, keine Werbung Mutti. Schmeckt super. Und finito completo. Herd wird ausgemacht. Das Ding ist noch schön warm, richtig wunderschön. Und natürlich, Freunde, wenn ihr jetzt denkt, für mich war es das, das war es absolut gar nicht. Und jetzt, wenn es noch warm ist, Parmigiano, mi Amore. Richtig schön viel. Hier ist auch schön viel Soße, das heißt, es wird nicht ganz so fest, wenn ich noch ein bisschen Parmigiano drauf mache, mi Amore. Regel Nummer 1, zu viel Parmesan gibt es. Ja, guck, hier gibt es schon, aber hier, bei dem Gericht, gibt es das absolut nicht, meine Freunde. Irgendwelche Fragen. Mi Amore. Guckt euch das an. Ist das nicht lecker oder ist das nicht lecker? Oh, es ist heiß. Alleine wie wir hier schön, guckt euch einfach nur diesen Löffel an. Boah, wenn ihr jetzt denkt, es geht nicht einfacher, dann kommt jetzt Gericht Nummer 3 für die Superfaulen. Ihr müsst nicht mal was schneiden. Und das ist zwar nicht ganz so gesund, weil das ist ja wirklich, aber das wird auch grandios lecker. Und wir machen uns nicht gnocchi. Doch machen uns gnocchi. So, Freunde, neuer Tag, neues Glück. Wir haben es jetzt schon wieder kurz vor 9, die Golden Hour ist so gut wie vorbei. Wir haben gerade ein bisschen Probleme mit unserem Camper gehabt. Wir haben einfach unser Fliegengitter rausgesnappt. Wir müssen jetzt einfach die ganze Zeit Tür zu haben abends. Aber ich habe jetzt wirklich, ich bin ein bisschen sauer. Ich habe auch Hunger. Und deswegen gibt es jetzt ein richtig schnelles Pastarezept. Dafür brauchen wir nur Gnocchi. Dafür brauchen wir nur ein bisschen Salz. Dafür brauchen wir nur ein bisschen Gewürze. Und wir brauchen Pesto in Rot. Und dazu noch gleich ein bisschen Frischkäse. Als allererstes gesalzenes Wasser. Ganz einfache Geschichte. Die Gnocchi, die waren jetzt 4-5 Tage im Kühlschrank. Die halten sich ein bisschen. Die brauchen nur ein paar Minuten im Wasser. Hier steht eineinhalb Minuten. Und los. Eineinhalb Minuten. Das Ding läuft. Gnocchi sind das kochende Wasser. Ich habe es vergessen jetzt zu salzen in der Schnelle. Machen wir noch ordentlich Salz rein. Und lasst uns kurz köcheln, Baby. In der Zeit könnt ihr euch noch mal eine Pfanne ready machen. Gießen wir mal schnell den Bums ab. So. Gnocchi fertig. Ich lasse sie mal kurz hier stehen. Wir machen den Bums hier wieder an. Pfanne drauf. Jetzt könnt ihr auch ruhig dem Ganzen ein bisschen Hitze geben. Dass die Gnocchi ein bisschen Rösti-Bösti werden, Baby. Butter rein da. So. Ich mache ein bisschen weniger Hitze. Und jetzt Gnocchi rein, Baby. Und ein bisschen anbraten. Gnocchi werden schnell schwarz. Müsst ihr aufpassen. Und jetzt kommt wirklich der einfachste Part gleich überhaupt. Ich habe letzte Nacht vier Stunden geschlafen maximal. Wir haben in einer Nacht 25 Mücken mindestens umgebracht. Die haben sich alle den Weg in den Van gebracht. Es gibt sehr, sehr viele Downsides auch vom Campen gehen, Freunde. Auch wenn es natürlich die besten, die guten Sides überwiegen. Aber das hat mich gestern und heute wirklich aus der Bahn gehauen. Und dann ging jetzt gerade noch das Mückennetz kaputt. Wir haben noch zehn Tage vor uns. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ihr bei dem Rezept nichts schneiden müsst. Ihr müsst einfach gar nichts klein schneiden. Oh, geil. Es gibt nichts Besseres als knackige Gnocchis, finde ich. Da habe ich jetzt super. Ich habe da so Bock drauf alleine. Sieh, das riecht wirklich. Ich habe das Ding jetzt vielleicht fünf bis zehn Minuten anbraten lassen. Kommt drauf an, wie knackig wir die mögen. Ich möchte die sehr knackig. Wir haben eine ganz normale Frischkäse-Packung. 200 Gramm. Nehmen wir 100 Gramm ungefähr. Nehmen wir erstmal ein bisschen mehr Power runter, sonst schäumt der Frischkäse. Rein da. Wir haben hier so ein geiles, rotes Pesto. Aber ihr könnt wirklich jedes mögliche rote Pesto nehmen, was ihr kennt. Das haben wir jetzt einfach hier in Italien in den Supermarkt gekauft. Einfach auch rein in die Olga. Wirklich. Gönnt euch. Gönnt euch ein bisschen Pesto. Ja, viel Pesto hilft viel. Und verrühren, Baby. Jetzt wird es ein bisschen interessant hier. Pfeffer drauf. Kräuter, auf die ihr auch immer Bock habt, macht wie immer gerne Oregano rein. Das ist wirklich alles Add-on so. Wenn ihr zu faul seid, so wie ich, dann könnt ihr das auch einfach lassen. Ich mache gerne auch ein bisschen Knoblauchpulver dran. Knoblauch geht immer. Freunde, das war es schon. Ich bin jetzt natürlich ein fetter Hund. Und machen wir noch fett Parmesan drauf. Wenn ihr das habt, gerne. Aber das, meine Freunde, war es auch schon. Gott, ich habe jetzt aber auch wirklich so einen Hunger. Die müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen länger abkühlen lassen. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat und euch die Rezepte gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mich gerne hier auf YouTube. Und folgt deinen Time für die Sportshow jede Woche Montag, wenn wir wieder aus dem Urlaub zurückkommen, geht es wieder los. Das war es von mir. Das war es von mir. Ciao von aus Italien. Bella Buna, Bernabine. Mangiare. bei. bei. Vielen Dank.